Also gut, das letzte Mal Stream war ja Pokal, Pokalauslosung, aber das letzte Mal Reaction, Matchreaction Ding war Dresden und das letzte Mal in der Bundesliga VfB war letzte Saison in Bielefeld. Lange ist her, lange ist her, um Gottes Willen Müller! Aber wir haben langsam echt Glück, ne? Aus kürzester Entfernung Müller hat schon zwei, dreimal richtig wichtig da gewesen. Wir können uns nicht beschweren, wenn es hier 1-0 steht, ne? Wir können uns nicht beschweren, wenn Wolfsburg hier führt, die er in Gincik übernommen hatte damals. Ah, Mada, ja jetzt vielleicht, Ito, rein damit, Girassi! Mein Gott, ist das unverdient! Aber gleichermaßen ist es auch scheißegal, wie verdient oder unverdient. Da stechen wir mal rein, mitten in die Wolfsburg-Phase. Seru Girassi! Hahaha, ist das unverdient! Hahaha! Oh, schön! Ist das unverdient! Grandios! Ja, Reingabe von Ito und Girassi staubt das Ding ab. Da, Ito, kein Upside, schön scharf rein. Ja, und der steht halt da, wo ein Stürmer stehen muss, wie man so schön sagt, ne? Jetzt hängt mein Stream hier gerade komplett, also der SkyGhost-Team. Jetzt geht's, glaube ich, wieder. Eiskalt rein, steht er da, wo er stehen muss und die Latte genagelt und fertig ist. Grandios! Weil das Thema verdient oder unverdient ist mir als VfB-Fan echt so scheißegal, ne? Wir haben jetzt die Jahre so viele Spiele unverdient verloren. Da ist das mir echt sowas von Wumpe. Sowas von Wumpe. Hier ein bisschen umbauen, sieht natürlich nicht mehr so schön aus. Wolfsburg-Track vom Staat, Mamusch. Ähm. Und da wirst du halt dann direkt auch mal daran erinnern, dass, erinnert, dass du VfB-Fan bist, so. Da wirst du dir direkt daran erinnern, ey, Kollege, chill mal deine Lage, du bist VfB-Fan. Mamusch. Nach dem Anstoß, nach dem 0-1, macht Mamusch das 1-1. Und da regt es mich gar nicht auf, dass Mamusch ist. Wir haben vor dem Spiel gesagt, er trifft. Das wissen wir. Ex-Spieler treffen gegen uns. Das wissen wir. Aber Jungs, ist das euer Scheiß ernst? Wolfsburg macht das Spiel. Verdient sich das Tor. Die müssten ja eigentlich führen. Dann stechen wir mal rein. Wir machen mal was Komet-Untypisches. Stechen rein und führen unverdient. Und dann fangen wir uns 20 Sekunden nach dem Anstoß des 1-1. Also wie kann man sich eigentlich selbst so dermaßen verarschen als Mannschaft? Da kannst du ja eigentlich wieder geschlossen in die Kabine gehen. Weiß rum, Dreck mit Schwierigkeiten. Du merkst halt, dass das hier ein Spiel zwischen aktuell 17 und 15 ist. Das merkst du in der Qualität schon. Alle Sachen von Pässen, Passgenauigkeit, Aufbauspiel. Peppig ist das Spiel. Ich finde es echt okay anzugucken. Aber jetzt kann der Konter laufen über Wolfsburg. Über rechts Wimmer. Hoch auf Baku. Der kommt tatsächlich auch durch. Ein dummer Fehlpass von Karasor. Oh Gott, Müller. Gott, es ist nicht... Ich bin wirklich der Erste. Der Erste, der es nicht abkann, wenn man Torhüter nonstop hatet. Es wurde auch oft wegen Quatsch gehatet oder übertrieben gehatet. Gerade beim Thema Müller. Aber er hat halt schon richtig böse Schnitzer. Der Fehler fängt an, dass Karasor das Ding nur rausspitzelt. Und dann Arnold. Keiner geht drauf. Er zieht ab. Ja, und Müller faustet sich das Ding in eigenen Winkel. Also, na, führe ich raus. Mafropanos. Ne, Stänzel. Reingechippt. Schön, Mafropanos. Jawohl! 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 Herrgott ist das unverdient. Dinos Mafropanos. Und da hat sie direkt das Reinnehmen von Stänzel gelohnt. Direkt hat sie es gelohnt, das Reinnehmen von Stänzel. Direkt. Direkt. Grandioser Ball von Stänzel. Genau richtig. Kein Abseits. Dinos macht einen wunderschönen Laufweg. Und Köpf in eiskalt rein. Schönes Tor, Jungs. Richtig schön. Wichtig. Wichtig vor der Halbzeit. Und jetzt, per Matarazzo, auf den Deckel hauen in der Halbzeit. Auf den Deckel hauen. Weil da geht noch deutlich viel mehr. Lacroix. Silas ist dran. Jawohl. Kein Foul. Weiterspielen. Ito. Kann auch nicht wirklich Profit rausschlagen bisher. Ahamada. Karasor. Schön, Jungs. Schön kombiniert. Endo durch die Mitte. Runter auf Silas. Ist schön. Ja. Abschluss jetzt. Oh, Latte. Das war mal richtig schön gekontert. Das war schön geradlinig nach vorne durchgespielt. Endo scharf runter auf Silas. An Lacroix vorbei. Vollgas. Wupp. An die Latte. Schade. Schade. Aber genau durch solche Umschaltsituationen. Genau durch solche Umschaltsituationen. Die Latte. Die Latte rettet für Wolfsburg. Ich werde auch gleich nach dem Spiel mich kurz konzentrieren müssen. Weil wie gesagt, es gibt einen Ergebnispost zum Absetzen für meinen VfB. Ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben. Ich hasse alles. Ich hasse alles. Ich hasse alles. Das ist nicht euer Ernst, Mann. 3-2 Wolfsburg. Mamo schippt das Ding rein. Auch da sieht Müller einfach nicht gut aus. Der springt da irgendwie an seinem ersten Pfosten rum. Der kann reinlegen und dann ist es Gerhard. Die einzige Hoffnung ist Abseits. Aber das war es wahrscheinlich auch minimal nicht. Und zack kann ich für den Post auch gleich was ganz anderes raussuchen. Ja, ich weiß nicht. Ich bin mittlerweile ratlos. Das war kein Spiel, das du verlieren musst. War es nicht. Erste Halbzeit war Wolfsburg über lange Zeiten besser. Das 2-2 war auch doch irgendwo glücklich. Zum Ende von der ersten Halbzeit. Gerade mit dem letzten Halbzeitpfiff. Das 2-2 war natürlich wichtig. Psychisch wichtig der Zeitpunkt. Wir kamen besser in die zweite Halbzeit rein. Hatten den Lattenschuss von Silas. War in der zweiten Hälfte auch besser als Wolfsburg. Und dann fangen wir uns das halt doch noch. Letzte Minute. Wieder, wie auch beim zweiten von Wolfsburg sieht. Müller nicht so ganz sicher aus. Es springt da halt irgendwie komisch auf den ersten Pfosten. Macht da halt irgendwie den hier und hüpft da hin. Das ist halt auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Das ist keine Sicherheit. Es ist nicht verdient, in Wolfsburg zu verlieren heute. Es ist auch nicht nötig, in Wolfsburg zu verlieren heute. Ich habe vom Spiel gesagt, hier nehme ich den Punkt noch eher mit. Um jetzt die beiden Spiele anzusprechen. Wir haben jetzt Wolfsburg, die noch unter uns waren vorm Spiel. Jetzt sind sie es ja nicht mehr. Und eben Bochum haben wir in den nächsten drei Spielen mit Union dazwischen nächste Woche. Auswärts ist ein Punkt immer noch okayer als zu Hause. Jetzt haben wir keinen geholt. Nicht mal einen Punkt in Wolfsburg. Du musst diesen Punkt mitnehmen. Du musst diesen Punkt in Wolfsburg wenigstens mitnehmen. Also, dass du in der letzten Sekunde dieses Tour noch fängst, lässt mich komplett ratlos. Lässt mich komplett ratlos. Und da, bin ich ganz ehrlich, jetzt wird, also, ich weiß gerade nicht die Steigerung von Pflicht, aber das ist jetzt Bochum. Ich weiß nicht, was die Steigerungsform vom Pflichtsieg ist, aber das ist dann Bochum auf jeden Fall in zwei Wochen. Ich bin gerade recht ratlos. Also, Woche Bundesliga-Pause tat mal gut und, ja, ein Spiel ist durch. 94 Minuten sind durch und man ist wieder komplett gebrochen. Aber, das, das ist halt VfB sein, ne? Hashtag jetzt VfB sein. Das, das ist halt VfB sein.